Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubis Playground zu einer neuen Folge von Angezockt und zwar EA Sports UFC, die Demo auf der Xbox One. Oh, so, ausblenden. Den Namen darf man nicht unbedingt erwähnen. Alles durchgelesen, perfekt. Starte ich jetzt zum ersten Mal, ich habe also selber noch nicht reingeguckt. Keine Ahnung, inwieweit ich hier überhaupt was spielen kann. Wenn ich ins Octagon blicke, verschwimmt einfach alles. Ich fixiere meinen Gegner und lasse ihn erst scheiße. In einer Full-Mount oder Back-Mount solltest du den Positionswechsel ausführen. Ja, genau, das habe ich nämlich jetzt schon immer gedacht, das ist nämlich eine sehr gute Taktik. Ein Lehrer kann niemals die Wahrheit vermitteln. Er kann nur anleiten und auf die Wahrheit hindeuten, die dann jeder Schüler für sich selbst entdecken muss. Bruce Lee. Bam. Ich habe übrigens, wie man vielleicht eben schon gemerkt hat, keine Ahnung von diesem Sport. Es braucht viel zu sein, dass ich ein Mixed Martialist bin bin. Ich wache jeden Morgen um 8 Uhr und beginne mit einer 9 Uhr practice, wo ich live fighting. Early in the morning when it sucks. You know, to wake up to a giant swinging at your head every morning. Some days they'll be kickboxing, other days they'll be wrestling or jiu-jitsu, or just all around MMA fighting. 2.30, strength and conditioning. And then right back to the gym at night, I'll do some private kickboxing lessons or I'll work with Greg Jackson going over some strategy. So, yeah, my life is every day, all day, about 5-4 times a day, makes martial arts. Das ist ja mal interessant. Was nötig ist. Willkommen bei EA Sports UFC. Dieses kurze Tutorial wird dir alles erklären, was nötig ist, um dieses Spiel zu beginnen. Darunter auch Striking, den Clinch, Takedowns, Bodenkämpfe und Submissions. Legen wir los. Bei diesem Training musst du deine Beinarbeit einsetzen. Äh, um deinen Kämpfer im Octagon zu bewegen. Octagon ist wohl dein Ring. Macht ja auch Sinn nachdenken, ne? Bring dich in Reichweite für einen Angriff, um fortzufahren. Hallo. Das war toll. Ich will gute Haltung und effektive Angriffe sehen. Drücke ganz viele Tasten, um grundlegende Angriffe auszuführen. Beachte bitte, dass sich die Art des Angriffs ändert, wenn du ill in Richtung des Gegners oder von ihm wegbewegst. Ausfüllen. Ah! Puls! Oh! Okay, von den Weckers in hoher Tritt oder was? Hilde gedrückt, um den Körper deines Gegners mit verschiedenen Angriffen zu attackieren. Ähm, ne, so. Bumm. Bumm. Ähm. Bumm. Deine Körpertreffer waren sensationell. Heute kannst du an deinen Angriffen pfeilen und dich aufs Oktagon vorbereiten. Sensationell. Halte L-B oder R-B gedrückt, um fortgeschrittene Angrifstechniken einzusetzen. Fortgeschrittene Angriffe verursachen mehr Schaden, kosten aber auch mehr Ausdauer. Und sind leichter zu kontern. Wo habe ich denn meine Ausdauer? Bumm. So, doch. R-B-Y, R-B-Links-A, R-B-X. Auch in Reichweite gehen müssen. Du hast deine Angriffe schön kombiniert. Konzentrieren wir uns heute auf perfekte Blocks. Halte R-R-R-T gedrückt, um zu blocken, um durch die Angriffe deines Gegners weniger Schaden zu erleiden. Je länger du R-R-R-T gedrückt hältst, desto weniger wirkungsvoll ist eine Verteidigung. Halte R-R-R-T gedrückt und drücke X oder Y, um hohe Angriffe zu blocken, bzw. A oder B, um tiefe Angriffe zu blocken. Ein hoher oder tiefer Block mit dem richtigen Timing wehrt den Angriff ab, führe einige hohe und tiefe Abwehraktionen durch. Ich halte das die ganze Zeit gedrückt. Achso, und drücke einzeln dann die Taste zur richtigen Zeit wahrscheinlich. Vorrang. Heute geht es darum, wie man in den Clinch kommt. Clinch. Ich weiß nicht, wann ein Clinch kommt. Ich hau dich einfach und dann beleide ich deine Mama und dann... Ah, haben wir Clinch. Bewege R in Richtung deines Gegners, um da ein Clinch zu versuchen. Hältst du L, B und R, B gedrückt? Äh, und oder R, B gedrückt? Ändert sich die Art des versuchten Clinches? Ich drücke L rein, versuchst du dich aus dem Clinch zu lösen. Kuschel! Da komm ja, du sauer. Ach, erstmal schön umarmen hier. Sehr gut. Danke. Positionswechsel im Clinch. Bewege R nach links oder rechts und anschließend in einem Viertelkreis, um in Clinchem Positionswechsel auszuführen. Geil, oh. Danke. Lass uns heute an den Takedowns arbeiten. Halt der L-Tag gedrückt und verwende R, um Takedowns auszuführen. Hältst du gleichzeitig L, B gedrückt, führst du ein Power-Takedown aus. Drücke L, um wieder aufzustehen, wenn du auf dem Boden bist. Ähm... Boom, Bitch. Okay, die Steuerung ist auf jeden Fall richtig. Ähm... Umfangreich. Für so ein Clop-Spiel. Niemand hat eine Chance gegen deine Takedowns. Also gut, es kann losgehen. Bewege R nach links oder rechts und anschließend in einem Viertelkreis, das kennen wir alle schon, um die Positionswechsel. Ähm... Nutschi! Du weißt definitiv, wie man sich im Bodenkampf verhalten muss. Konzentrieren wir uns heute auf die Takedown-Verteidigung. Halt der L-Tag gedrückt und wege R nach unten. Entschuldigung. Um dich gegen Takedown zu verteidigen und drücke L, um wieder aufzustehen, falls du von deinem Gegner zu Boden befördert wurdest. Und was nimmt, ne, dass die Takedown nicht verhindert. Aber ich drücke R-T und drücke den nach unten. Halt der L-Tag gedrückt und bewege R nach unten, um dich gegen Takedown zu verteidigen. Okay, R-Tag gedrückt und ganz offen nach unten drücken. Jetzt ist mit dem die ganze Zeit nach unten festgehalten. Links oder rechts, um Positionswechsel auf dem Boden zu verhindern. Du bleibst hier, ich will knutschen. Mama braucht Zucker. Genauso. Wenn dein Gegner in einem Submission-Kampf einleitet, kannst du versuchen, dich zu befreien, indem du R in eine beliebige Richtung bewegst. Die entsprechende Seite des Submissions hat füllt sich mit der Farbe der Ecke deines Kämpfers, wenn du der Befreiung näher kommst. Dein Gegner kann an einem Befreiungsversuch blockieren. Ändere die Richtung, in die du R bewegst, um ihn über deine Absichten im Umplan zu lassen. Fixiert dein Gegner die Submission, während alle deine Befreiungsfortschritte zurückgesetzt. Das war eine perfekte Submission-Verteidigung. Ah, okay, einfach immer hin und her wechseln und alle gehen dann nacheinander hoch. Halte RT gedrückt und wege R nach oben, um dich gegen Submission-Versuche zu verteidigen. Scheiße, das habe ich diesmal nicht gepackt. Komm her. Hä, ich habe das so gedrückt. RT, jetzt ganz noch nach oben, es hat wieder nicht geklappt. Er will nämlich verpuppern. Hä? Ich habe doch gesagt, RT? Na, nach oben. Warum klappt das mal und mal nicht? Halte R, B gedrückt und verwende R, um deinen Submission-Versuch einzuleiten. Ist die Submission eingeleitet, musst du R in dieselbe Richtung bewegen wie dein Gegner, um dessen Befreiungsversuche zu blockieren. Oh. Oha. Der wechselt aber auch wie nichts Gutes, so. Sehr gut. Was war daran gut? Ich habe verloren. Leite eine Submission ein, bewege L kurz nach oben und unten, links oder rechts, sobald dies im Submission-Hub angezeigt wird. Um den Submission-Griff zu fixieren, in dieser Übungseinheit wird sich dein Gegner in der letzten Phase befreien. Ich habe keine Ahnung, ob ich es gerade richtig mache. Deine Arbeitsmoral ist beeindruckend. Leite deine Submission ein, verwende R, um zu verhindern, dass sich dein Gegner befreit. Verwende L kurz in seine Richtung, sobald die entsprechende Anzeige erscheint, um dies zu fixieren. Du bist echt großartig. Du hast den Walkthrough abgeschlossen. Vergiss nicht, dass dieser Walkthrough jederzeit über das Hauptmandy verfügbar ist. Falls du dein Wissen über die Spielsteuerung auffrischen möchtest, du kannst deine Fähigkeiten außerdem im Challenges-Modus auf die Probe stellen. Hey everybody, ich bin Präsident Dana White. Jetzt solltest du mehr als genug wissen, um zu beginnen. Willkommen zu EA Sports, UFC. Hab Spaß. Vielen Dank. Werde ich versuchen. Spaß zu haben, meine ich. Konnte Angriffe versuchen. Vor seinem Grund setze ich mehr Schaden. Aber konnte habe ich doch gar nicht gelernt, oder? Glaub mir, bei allem, was man tut oder erreichen will, gibt es große oder kleine Hindernisse. Was zählt, ist aber nicht das Hindernis selbst, sondern wie man damit umgeht. Ja, Bruce Lee war schon so ein geiler Mann, ne? Übrigens, soweit ich mich vorher informiert habe, kann man nicht sagen, aber soweit ich vorher gelesen habe, kann man in diesem Spiel sogar Bruce Lee spielen, nicht nur aktuelle MMA-Kämpfer. Bruce Buffer. 93 Kilo. Ich wollte gerade sagen, der wiegt fast, äh, nicht gar, äh, auch 93 Kilo? Wiegt fast so viel, oder ähnlich viel wie ich. Und ist dabei aber viel besser gebaut, aber da ist, die sind ja auch einiges größer als ich. Obwohl fast zu viel stimmt gar nicht, der wiegt, glaube ich, ein bisschen mehr. John Jones. John Nojona Jameson. Super Mario. It's a me. Ringrichter. Ich habe übrigens die Steuerung schon wieder vergessen. Los geht's. Jetzt wechselt er die Auslage. Er zieht den Haken zum Topf. Und nochmal. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Topf. Oh, ein starker Kick. Hacker. Schöner rechter Halt. Hartet in eine wilde Brügelei aus. Starker Punch. Au. In your head. Er steht wieder. Ja, schöner Haken zum Kopf. Nur gute Deckungsarbeit. Er bringt wieder den Haken. Schöner Knieschuss. Sauberer Haken zum Kopf. Verdammt, ich habe schon vergessen, wie ich hier die Position wechsel. Schöner Kniesstoß zum Körper. Wechsel zum Over-Under. Der rechte Haken kommt an. Der starke Macht. Schöner Sidekick. Ah, fantastischer Block. Ja, ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Ein guter Punkt. Das war die Liga der Pause. Und jetzt noch der Kuhlumse. Und jetzt noch der Kuhlumse. Sieht ihn wieder zu hoch. Ey, ich habe die noch nicht einmal irgendwie angekratzt. Aber meine Ausdauer ist oben auch für den Arsch gerade. Ich muss mal ein bisschen Pause machen zwischendurch, glaube ich. Au. Linker Haken ins Leere. Der Haken landet am Kopf. Sind die am Jubeln und am Wohnen bei mir gerade? Ein weiterer Haken. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Der Punch kommt an. Ha, da habe ich dich jetzt aber. 69, yeah. Ja, er kommt wieder hoch. Oh, ein Superman-Marsch. Sie gehen in den Kint. Ja, sie gehen auseinander. Er zieht den Haken zum Kopf. Ich komme schon. Oh. Weg, 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 weg. Au, fuck. Jetzt lass mich da raus. Danke. Ja, ja, der kommt an. Er rettet sich aus der Fröma und guter Hüfteinsatz. Schöne Linke. Er geht doch wieder in die Vorgang. Nein, ich blass dir keinen, du schwule Sau. Scheiße, wie ging das jetzt nochmal mit diesem Takedown-Dings? What? Sorry, dass ich gerade so laut war, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das gewinne. Immer schön auf dem Kopf konzentrieren. Ich habe die Kotze. Bad Boy. Lul. Bäm. Da geht er da und das ist prima. Viva Colonia. Ja. Okay, weil man die Steuerung nicht sofort wieder vergisst, nachdem man sie gerade gelernt hat. Das ist bestimmt ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob die Grafik unbedingt so auf dem aktuellen Stand sind. Ich finde aber die Gesichterdetails nicht schlecht. Weißt du, was die war? Nein, weiß ich nicht, weil ich es nicht dann lesen konnte. Soweit ich das gesehen habe, war das Publikum richtig cool. Also waren da eine ganze Menge Details da drin. Es sind keine Standardbilder da drin. Was ich richtig cool finde, sind diese Interviews mit den Kämpfern. Das ist bestimmt für Fans richtig angenehm, sowas. Dazwischen. Und wenn man hier jetzt gerade rechts sieht, sowohl Frauen als auch Menschen, wollte ich gerade sagen. Männer. Spielbar scheinbar. Fugit. Captured from actual gameplay. Ja, also ich finde das auf jeden Fall grafisch cool, spielerisch umfangreich. Hätte ich nicht gedacht von einem Kampfspiel. Ich bin da eigentlich nicht so der, ähm, sagen wir die Person, die viele Kampfspiele zockt. Aber das ist auf jeden Fall eine krass umfangreiche Steuerung. Das ist halt nicht nur einfaches Button-Smashing, ob man damit auch gewinnen kann, wie man eben gesehen hat. Sondern ordentlich mit Kombinationen arbeiten. Blocken, äh, ist auch mit Kombinationen aus verschiedenen Sachen. Was mir halt so ein bisschen fehlt, ist wie beim Wrestling die Würfe und so weiter. Obwohl die scheint es da ja auch zu geben. Wenn man die Steuerung weiß. Auf jeden Fall ein cooles Spiel. Kann man sich im Store gerade kostenlos die Demo runterladen. Seit kurzem. Also kann sich das jeder mal angucken, bevor er sich das kaufen möchte. Für Fans von solchen Spielen bestimmt richtig nice. Das war mein Angezock-Video. Ich stehe ja total auf Bruce Lee. Also jetzt nicht... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde Bruce Lee einfach geil. Also vorbestellen, dann bekommt ihr Bruce Lee auch noch gratis dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabscheide mich dann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.